Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes und der Geist der Weihnacht Ein neues Abenteuer, gelesen von Christoph Hackenberg Am dritten Adventssonntag im Dezember 1883, als Holmes und ich gerade das vergangene Jahr seit dem letzten Weihnachtsfest rekapitulierten, suchte uns in der Baker Street ein gut betuchter älterer Herr auf, der unsere Dienste in Anspruch nehmen wollte. Es handelte sich um einen gewissen Jacob Marley, einen hiesigen Geschäftsmann, der gemeinsam mit einem Kompagnon ein Kontor in der Londoner City betrieb und offenbar gute Geschäfte als Geldverleiher machte. Als Marley uns gegenüber saß, strahlte er eine beinahe klischeehafte Hartherzigkeit und emotionale Kälte aus, wie sie dem wenig beliebten Stand des Kreditwucheres gerne zugeschrieben wurde. Ich muss gestehen, ich selbst begegnete unserem neuen Klienten mit einer entsprechenden Voreingenommenheit. Und so wunderte es mich auch nicht, dass Marley aufgrund eines Drohbriefes zu uns gekommen war. Ein anonymer Erpresser verlangte eine erhebliche Geldsumme. Widrigenfalls würde er die entführten Geiseln nie wieder zu Gesicht bekommen. Der Erpresser hat bereits Geiseln genommen? fragte Holmes überrascht. In einem derart gewichtigen Fall, bei dem es um die physische Unversehrtheit geht, sollten Sie wohl auch die Polizei einschalten. Da war ich schon, antwortete Marley genervt. Doch mir schien, bei Scotland Yard war man nicht bereit, die Ernsthaftigkeit der Situation zu würdigen. Diese Leute scheren sich nicht um meine Unversehrtheit. Um ehrlich zu sein, meinte Holmes, bezog ich mich auf die Unversehrtheit der Geiseln. Um wen handelt es sich denn? Verwandte? Freunde? Unsinn, knurrte Marley. Es geht um Mars und Merkur. Holmes zog eine Augenbraue hoch. Und wer ist das, wenn ich fragen darf? Das sind meine deutschen Doggen, rief Marley. Mein Eigentum. Ich musste meine Belustigung, die sich mimisch zu äußern versuchte, unterdrücken. Man hatte dem Mann seine hühnenhaften germanischen Rassehunde entwendet, die er auf altrömische Gottheiten getauft hatte. Solche Grotesken schreibt nur die Kriminalistik. Holmes ließ sich nichts anmerken und erklärte ungerührt, »Ich verstehe. Die Geldforderung übersteigt natürlich den Gegenwert der Tiere, nicht wahr?« »Selbstverständlich«, antwortete Marley. »Aber Mars und Merkur sind meiner engsten Vertrauten. Sie besitzen für mich auch ideellen Wert.« Schwer vorstellbar, dass dieser Mann für andere Lebewesen echte Zuneigung empfand, folgerichtig setzte unser Besucher fort, »Es wäre ein bedauerlicher Verlust. Den drohenden Verlust meines hart erarbeiteten Geldes könnte ich jedoch nicht verwinden.« »Sie sind also nicht bereit, auf die Forderung einzugehen?« vermutete Holmes. »Keinesfalls«, rief Marley. »Der Kerl bekommt keinen Penny von mir.« Holmes überlegte und schwieg einige Sekunden. Dann meinte er, »Nun gut, somit müssen wir dem Erpresser wohl das Handwerk legen. Kann ich das Schreiben einmal sehen, Mr. Marley?« Unser Klient überreichte ihm einen einseitigen Brief, den Holmes kurz überflog und dann an mich weiterreichte. Folgendes war darin zu lesen. »Sehr geehrter Mr. Marley, ich habe Mars und Merkur befreit und halte nun meine schützende Hand über die beiden. Sie werden sie nur unter zwei Bedingungen zurückbekommen. Erstens, sie werden ihre Hunde in Zukunft besser behandeln. Zweitens, ich verurteile sie zu einer Strafzahlung von 10.000 Pfund Sterling, zahlbar binnen einer Woche. Details folgen. Hochachtungsvoll, der Geist der Weihnacht. »Der Geist der Weihnacht?«, wiederholte ich. »Was soll das bedeuten?« »Dummes Zeug«, meinte Marley. »Ich will meine Doggen und ich möchte mein Geld behalten. Können Sie mir helfen, meine Herren?« Holmes musste nicht lange nachdenken. »Gewiss, Mr. Marley«, antwortete er. »Doch Sie müssen wissen, unsere Dienste sind nicht ganz billig.« Marleys Miene verfinsterte sich. »Koste es, was es wolle«, erklärte er. »Ich will diesen Verbrecher gestellt haben und ihn ans Kreuz nageln.« »Das erscheint mir doch ein wenig rabiat«, warf ich ein. »Holmes lächelte mir zu.« »Ich bin mir sicher«, behauptete er, »Mr. Marley meinte dies eher bildlich, im übertragenen Sinn. Bestimmt gedenkt er nicht Ihnen, Ihre friedliche Weihnachtsstimmung durch eine echte Kreuzigung zu verderben.« »Hombuk«, knurrte Marley, »auf diesen Weihnachtsunsinn kann ich verzichten, auf mein Geld nicht.« »Diese Botschaft haben Sie bereits deutlich verkündet«, erklärte Holmes. »Wir sind uns dessen vollauf bewusst.« »Dann will ich das mal glauben«, entgegnete Marley und warf mir noch einen misstrauischen Blick zu. »Und was geschieht jetzt?« Holmes erhob sich. »Nun, für heute haben wir keine weiteren Fragen an Sie«, sagte er. »Wir werden Sie morgen Vormittag in Ihren Büroräumlichkeiten aufsuchen. In der Zwischenzeit werde ich den Brief einer kriminologischen Untersuchung unterziehen.« Marley stand ebenfalls auf und reichte Holmes die Hand. »Meinetwegen, Mr. Holmes«, erklärte er, »ich bin ab halb acht vor Ort. Ich hoffe, Sie sind Ihr Geld wert.« Mit diesen Worten und einem kommentarlosen Kopfnicken in meine Richtung verließ uns Mr. Marley. Als wir wieder alleine waren, fragte mich Holmes ohne Umschweife, »Nun, Watson, was fällt Ihnen an dem Drohbrief auf?« Ich warf nochmals einen kurzen Blick auf das Schriftstück und meinte, »Der Brief selbst weist keinerlei Besonderheiten auf. Normales, schmuckloses Papier, gewiss nicht teuer. Zum Schreiben wurde gewöhnliche schwarze Tinte verwendet.« »Und die Schrift?« setzte Holmes fort. Abermals betrachtete ich das Blatt. »Rund und schwungvoll«, attestierte ich, »nicht unelegant. Allerdings finden sich hier zwei Rechtschreibfehler, die den Gesamteindruck ein wenig trüben.« »Ganz recht«, antwortete Holmes, »wir suchen einen Erpresser mit mangelhafter Bildung, aber hangt zur Schönheit. Das Schreiben ist in der äußeren Form höflich, im Innenteil jedoch sehr direkt und gebieterisch. Außerdem werden Marleys Hunde, um deren Wohlergehen sich der Erpresser mutmaßlich sorgt, bei ihrem Namen genannt.« Mir war sofort klar, worauf Holmes hinaus wollte. »Das bedeutet wohl«, ergänzte ich umgehend, »dass der Täter kein Unbekannter ist, sondern in irgendeiner Verbindung zu Marley steht. Er weiß über ihn Bescheid.« »So muss es sein«, bestätigte Holmes. »Indessen ist aber zu bezweifeln, dass die Hunde tatsächlich im Zentrum des Interesses stehen. Bei dieser Geldsumme sind sie bestenfalls Mittel zum Zweck, oder vielleicht gar ein bloßes Ablenkungsmanöver. Ich denke nicht, dass wir einen Tierschützer suchen, sondern durchaus jemanden mit einem persönlichen, finanziellen Anliegen.« Diese Feststellung musste ich mit einem hörbaren Seufzen quittieren. »Und dann suchen wir unweigerlich die Nadel im Heuhaufen«, entgegnete ich. »Als Geldverleiher hat Marley gewiß hunderte Menschen in den Ruin getrieben. All diese Menschen hätten ein Motiv und kommen als Verdächtige in Frage. Wir müssen die Sache eingrenzen.« Holmes überlegte und tippte sich dabei mehrmals ans Kinn. Schließlich sah er mich an und meinte, »Der Erpresser nennt sich selbst Geist der Weihnacht. Was hat es damit auf sich?« »Vielleicht ist das nur ein Scherz«, vermutete ich vorsichtig. Holmes schüttelte den Kopf. »Nein, nein«, sagte er bestimmt, »der Erpresser will damit einen Standpunkt zum Ausdruck bringen oder womöglich eine regelrechte Mission definieren.« »Ein religiöser Eiferer vielleicht?« schlug ich vor. Abermals verneinte Holmes. »Der hätte sich zweifellos direkt auf Gott berufen«, stellte er richtigerweise fest. »Aber Weihnachten? Was verbinden wir damit?« »Die Geburt des Messias«, schoss es aus mir hervor. Holmes musste nicht lange überlegen und meinte dann, »diese Verbindung ist in den letzten Jahren doch ein wenig in den Hintergrund getreten. Das Weihnachtsfest wird stetig profaner und kommerzialisiert. Es wird mehr aufgetischt, als man essen und trinken kann. Jedes Jahr mehr Geschenke, die zwar niemand braucht, aber immer teurer sein müssen. Quantität vor Qualität. Es geht immer mehr um Konsum und Kommerz, um Wohlstand und Besitz und um deren öffentliche Präsentation. Das mag für die begüterten Schichten unserer Gesellschaft zutreffen, warf ich beinahe nebenbei ein. Für die Armen, deren es in London wahrlich genug gibt, ist auch Weihnachten eine Zeit der Entbehrung.« Sofort hob Holmes den Zeigefinger seiner rechten Hand. »Und das ist der Punkt«, rief er, »Ausgezeichnet, Watson. Unserem Geist geht es um eine Diskrepanz. Steht nicht in dem Brief, er würde über Marley eine Strafzahlung verhängen? Natürlich nicht wegen den Hunden, sondern aufgrund seines maßlosen Vermögens. Hier sollen die materiellen Verhältnisse zurechtgerückt werden.« »Mag sein, Holmes«, entgegnete ich, »doch bevor wir uns auf die Suche nach einem weihnachtlichen Robin Hood machen, sollten wir uns im Klaren sein, dass es immer noch um Entführung und Erpressung geht.« »Verstehen Sie mich nicht falsch, ich hege wahrlich keinerlei Sympathien für die ausbeuterische Profession von Mr. Marley, ganz im Gegenteil. Aber wir sind unserem Klienten verpflichtet.« »Gewiß«, antwortete Holmes, »ich versuche lediglich ein Täterprofil zu erstellen, und unser Täter, der Geist, würde Weihnachten lieber mit einer gerechteren Gesellschaft mit Wohltätigkeit Nächstenliebe und Güte verbinden. Ob nun im Sinne einer allgemeinen Umverteilung oder nur zugunsten seines privaten, selbstbezogenen Boxing-Days, an dem er sich selbst mit 10.000 Pfund beschenkt, das sei dahingestellt.« »Am nächsten Morgen begaben wir uns in Marleys Büroräumlichkeiten, die wir knapp vor 8 Uhr erreichten. Eine äußerlich höchst repräsentative Adresse in der Londoner City, im Inneren jedoch schmucklos und spartanisch eingerichtet. Das in wenigen Tagen des Weihnachtsfest bevorstand, konnte man nirgends ablesen. Marley und sein Kompagnon hatten wohl nichts übrig für übertriebenen Prunk, wodurch mir immer weniger klar wurde, zu welchem Zweck die beiden eigentlich ihren Reichtum erwarben, zusammenhielten und stetig vergrößerten. Der erwähnte Mitinhaber der Unternehmung, ein Mr. Scrooge, befand sich gegenwärtig auf Geschäftsreise in Schottland und wurde nicht binnen Wochenfrist zurückerwartet. Doch Marley wurde noch mehr durch die Tatsache unter Stress gesetzt, dass auch Mr. Cratchit, sein einziger Angestellter, heute nicht zur Arbeit erschienen war. Das ist eine letztklassige Arbeitsauffassung, schimpfte er. Dieser Cratchit setzt immer wieder die falschen Prioritäten. Dabei bezahle ich ihm 15 Schilling in der Woche. Angesichts dieses Gehalts hätte man annehmen können, dass Cratchit nur Teilzeit beschäftigt wäre, doch natürlich war es anders. Wann immer es geht, reduziert der Kerl seine Stundenzahl, setzte Marley fort, doch ich werde ihm jede fehlende Sekunde seiner 60-Stunden-Woche vom Lohn abziehen. Ist Mr. Cratchit häufiger krank? fragte ich. Ach was, entgegnete Marley, der ist kerngesund, aber seine Kinder haben andauernd irgendwelche Beschwerden, und dann heißt es jedes Mal, er müsse sich um sie kümmern, während seine Gattin mit einem der Belgier beim Armenarzt ist. An seiner Stelle hätte ich einfach weniger davon in die Welt gesetzt. Noch während ich Luft holte, um darauf zu antworten, hielt mich Holmes zurück. Worin besteht denn die Arbeit, wollte er nun wissen, die Mr. Cratchit normalerweise für sie erledigt? Er ist unser Sekretär, Schreiber, Buchhalter, erklärte Marley. Durchaus ein fähiger Mann, der es zu etwas bringen könnte, aber mit diesen familiären Voraussetzungen wird das wohl nichts. Ich verstehe, sagte Holmes. Wir werden Mr. Cratchit im Anschluss ohne dies aufsuchen müssen, um ihn zu befragen. Sie verdächtigen ihn? fragte Marley ungerührt. Holmes schüttelte den Kopf. Zum gegenwärtigen Stand der Dinge, antwortete er, verdächtigen wir noch keine konkreten Personen, aber es liegt auf der Hand, dass Ihre Kundendatei eine gute Grundlage für weitere Ermittlungen bieten könnte. Und über diese weiß Cratchit wohl am besten Bescheid, nicht wahr? Zweifellos, bestätigte Marley und überreichte Holmes eine Mappe mit Dokumenten. Cratchit hat daher, auf meine Anweisung, für Sie gestern Abend noch die Unterlagen der vergangenen sechs Monate vorbereitet. Das ist sehr zuvorkommend, bedankte sich Holmes und reichte die Geschäftspapiere an mich weiter. Dr. Watson wird Sie gewissenhaft evaluieren und auf auffällige Personen durchforsten. Natürlich murmelte ich, ohne dass davon Notiz genommen wurde. Trotzdem werden wir das persönliche Gespräch mit Ihrem Angestellten suchen, setzte Holmes fort. Vielleicht ist ihm ja selbst schon etwas aufgefallen. Marley legte die Stirn in Falten, um einen Denkvorgang zu suggerieren. Selbstverständlich ist es ein naheliegender Gedanke, meinte er, dass der Täter unter unseren Kunden zu finden ist. Wir sind ein aufrichtiges, grundehrliches Unternehmen, das auf Vertrauen und Verbindlichkeit beruht. Aber natürlich können wir nicht verhindern, dass wir es mitunter mit Bankrotoren, Versagern und Verlierern zu tun bekommen. In diesen Fällen müssen wir so dann auf das gesamte verbliebene Eigentum zurückgreifen, das als Sicherheit diente, oder das Handelsgericht gegenüber dem Schuldner eine Gefängnisstrafe aussprechen lassen. Solch eine Situation mag dem einen oder anderen Kunden schon mal auf das Gemüt schlagen. Marley machte aus seinem steinernen Herzen wahrlich keine Mördergrube. Seine Menschenverachtung ließ einem das Blut in den Adern gefrieren. Abermals verhinderte Holmes, dass ich dem feinen Herrn die Meinung sagen konnte. Nun gut, sagte er, während er mir die Hand beruhigend auf die Schulter legte. Wir werden gegebenenfalls entsprechenden Hinweisen nachgeben. Ansonsten erwarten wir die nächste Nachricht des Erpressers, die im ersten Brief angekündigt war. Vielleicht ergeben sich daraus weitere Indizien. In jedem Fall wird es Anweisungen geben. In der Zwischenzeit werden Dr. Watson und ich Mr. Cratchit zu Hause aufsuchen. Wir verabschiedeten uns von Marley und kündigten unsere Rückkehr für den späteren Vormittag an. Dann machten wir uns auf den Weg nach Whitechapel, wo Cratchits Familie unter ärmlichen Verhältnissen lebte. Im ersten Moment hielt uns Cratchit für Kontrolleure, die Marley entsandt hätte, um seine Dienstverhinderung auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Offenbar war dies in der Vergangenheit gelegentlich vorgekommen. Wir konnten ihn jedoch davon überzeugen, dass wir in einer anderen Angelegenheit unterwegs waren, womit seine Nervosität flugs verschwunden war. »Sie interessieren sich für den Drohbrief, den Marley erhalten hat?« fragte Cratchit erleichtert. »Und für die entführten Hunde«, ergänzte Holmes. »Die armen Tiere sind überall besser dran als bei Marley«, erklärte Cratchit. »Doch das eigentliche Hundeleben, wie Sie sehen, führe ich mit meiner Familie, trotz der vielen Arbeit. Aber ich bin dankbar, dass ich überhaupt eine Arbeit habe.« »Wie kommt es, dass Sie bei Marley und Scrooge für einen Hungerlohn tätig sind«, wollte Holmes wissen. »Als fähiger und fleißiger Sekretär müssten Sie doch eine andere Stelle finden können.« Cratchit lachte bitter. »Das ist nicht so einfach«, meinte er. »Ich bin bei meinem Arbeitgeber verschuldet. Mit einem Teil meiner Arbeit begleiche ich ein Darlehen, das ich vor einigen Jahren benötigt habe, um meine Familie zu ernähren.« »Das ist ja unerhört«, platzte es aus mir heraus. »Sie wollen sagen, Sie befinden sich in einer Art von Schuldknechtschaft? Eine derartige Verpflichtung ist sittenwidrig.« Cratchit schüttelte resignierend den Kopf. »Es ist legal«, entgegnete er. »Außerdem habe ich gar keine andere Wahl. Es ist die einzige Möglichkeit, die Schulden zurückzuzahlen und gleichzeitig mit meiner Familie über die Runden zu kommen.« Ich sah mich in der kleinen Wohnung um. Schäbige Möbel, modrige Wände. Die drei Kinder schliefen wohl hier in der Stube, die gleichzeitig als Küche diente. Für die Eltern gab es ein kleines Nebenzimmer, in dem kaum ausreichend Platz für das behelfsmäßige Bett war. Fast zynisch erschien mir die an der Wand befestigte Stickerei mit dem Spruch »My home is my castle«, wobei die letzten beiden Buchstaben irrtümlich verkehrt herum angeordnet waren. Und trotzdem, inmitten des Elends hatte man sich offenbar bemüht, Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Mistel und Tannenzweige schmückten die Wohnung. In einer Ecke stand gar das Gerippe eines kleinen Weihnachtsbaums, ausgestattet mit Engelsfiguren aus Stroh, zwei Glaskugeln und vier Kerzen, die anscheinend wiederholt zum Einsatz kommen würden. »Mr. Cratchit«, begann Holmes, »wir wollen Sie nicht lange belästigen. Sie wissen, wir suchen den Erpresser von Mr. Marley. Daher unsere Frage. Hat Ihr Arbeitgeber Feinde?« Cratchit lachte abermals auf. »Jedenfalls hat er keine Freunde«, antwortete er. »Abgesehen von Mr. Scrooge, versteht sich. Als Geldverleiher wird man nicht beliebt. Zuerst scheint es für die Kunden, als wäre der Kredit die Rettung, doch dann zeigt sich, dass man mit den Raten nicht nachkommen kann und nur noch mehr Schulden ansammelt. Die unweigerliche Folge ist der Verlust jeglichen Besitzes, der komplette Ruin. Bisweilen Obdachlosigkeit, Elend, Krankheit, Tod. Dies und nichts anderes ist das Geschäftsmodell des Geldverleihers. Mr. Marley verfügt über hunderte Feinde in London, aber kaum jemand davon wird dazu in der Lage sein, sich zu einem Erpressungsplan aufzuraffen.« »Sie vermuten einen anderen Täter?« fragte ich. »Um ehrlich zu sein,« erklärte Cratchit, »fällt es mir schwer, mir darüber auch noch Gedanken zu machen. Mein jüngster Sohn ist schwer erkrankt. Meine Frau müsste gleich mit ihm vom Arzt zurückkehren, und dann müssen wir überlegen, wie wir die Medizin bezahlen können. Ich bedauere, aber den Täter müssen Sie finden.« »Natürlich,« meinte Holmes, »und das werden wir auch zweifelsfrei. Es liegt uns fern, Ihnen zur Last zu fallen, Mr. Cratchit, und werden Sie nun wieder verlassen. Verzeihen Sie die Störung.« »Schon gut,« versicherte Cratchit. »Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann.« Holmes ging in Richtung Tür. Kurz davor blieb er jedoch stehen und drehte sich noch einmal um. »Grüßen Sie doch Mrs. Cratchit von uns,« sagte er. »Wir wünschen Ihrem Sohn gute Besserung und hoffen, dass Sie ungeachtet der finanziellen Probleme ein schönes Weihnachtsfest feiern können.« »Da fällt mir ein, hat Ihre Gattin eigentlich auch eine Arbeit?« »Sie war Näherin in einer kleinen Schneiderei,« antwortete Cratchit. »Das hat sie bereits in ihrer Heimat im südlichen Irland gelernt. Doch die Schneiderei musste vergangenes Jahr zusperren. Zuletzt konnte sie ein wenig dazu verdienen, indem sie sich um die Hunde von Mr. Marley kümmerte. Aber das ist nun auch vorbei.« »Wir haben einfach kein Glück.« Holmes nickte verständnisvoll. »Trotzdem, alles Gute,« meinte er und öffnete die Tür. »Dr. Watson, wir müssen zurück. Wir haben noch einiges zu tun.« Ich kam der Aufforderung von Holmes sofort nach und verließ als erster die Wohnung durch den Türrahmen, über dem ein Dürremistelzweig angebracht war. Auf der Fahrt zurück zu Marley war ich immer noch empört. »Es ist nicht richtig, wie Marley mit Cratchit umgeht,« stellte ich fest. »Es ist unwürdig und unmenschlich. Schließlich leben wir im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert nicht im Mittelalter.« »Natürlich,« meinte Holmes. »Aber Sie selbst haben gesagt, wir müssten uns auf den Auftrag konzentrieren. Wir wären dem Klienten verpflichtet. Trifft das nun etwa nicht mehr zu?« Ich musste ein wenig überlegen, ehe ich zu einem Schluss kam. »Vielleicht war diese Sichtweise nie richtig,« antwortete ich. »Vielleicht hätten wir diesen Auftrag nicht annehmen sollen.« »Das wäre eine Möglichkeit gewesen,« entgegnete Holmes. »Aber was hätte das geändert?« »Nichts,« musste ich nach kurzem Nachdenken eingestehen. »Aber zumindest wären wir nicht Marleys Handlanger.« Holmes schüttelte den Kopf. »Das sind wir auch jetzt nicht,« erklärte er. »Wir versuchen als beratende Detektive einen Kriminalfall zu lösen. In diesem Rahmen bleibt ausreichend Handlungsspielraum für die persönliche Moral. Doch dafür, mein lieber Watson, müssen Sie einen klaren Kopf bewahren, konzentriert bleiben. Und das waren Sie heute Vormittag nicht. Dadurch haben Sie die Hinweise nicht gesehen.« »Welche Hinweise?« fragte ich verwundert. Holmes lächelte. »Eben«, sagte er, »wie ich schon sagte.« Als wir wieder in den Büroräumlichkeiten von Marley und Scrooge ankamen, erwartete uns unser Auftraggeber bereits voller Ungeduld. Der angekündigte zweite Brief war in der Zwischenzeit eingetroffen. »Höchste Zeit, meine Herren«, rief Marley, als wir eintraten. »Der Erpresser hat ein weiteres Schreiben übermittelt. Hier, bitte.« Er überreichte Holmes den Brief, den wir beide gemeinsam zu lesen begannen. »Sehr geehrter Mr. Marley«, hieß es darin, »ich hoffe, Sie haben die 10.000 Pfund schon vorbereitet. Die Übergabe erfolgt heute Nachmittag. Sie werden das Geld in einen Jutebeutel stecken und zur Kirche von St. Mary Moorfields bringen. Neben dem Altar ist eine Weihnachtskrippe aufgebaut. Das Geld deponieren Sie bitte unter dem Jesuskind und entfernen sich wieder. Keine Polizei. P.S. Ich habe gehört, Sie hätten Sherlock Holmes engagiert. Richten Sie ihm aus, ich wünsche ihm ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr.« Gezeichnet, »der Geist der Weihnacht«. Holmes lächelte. »Gut informiert, unser Geist«, stellte er fest, »und äußerst freundlich.« »Dummes Zeug«, knurrte Marley. »Ihre Bewunderung für die Manieren des Erpressers in Ehren, aber die eigentliche Frage lautet wohl, was werden wir jetzt tun?« Für einige Sekunden überlegte Holmes. In Wirklichkeit hatte er längst eine Entscheidung getroffen. »Wir werden darauf eingehen müssen«, sagte er schließlich. »Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen?« rief Marley aufgeregt. »Es geht hier schließlich um mein Geld und um eine Runde.« »Nun, Mr. Marley«, begann Holmes, »wir verfügen über kaum konkrete Anhaltspunkte, lediglich allgemeine Überlegungen. Die Übergabe ist die logische Möglichkeit, dem Erpresser nahezukommen. Wenn er das Geld an sich nimmt, schlagen wir zu, und auch erst dann können wir ihn zweifelsfrei überführen. Doch dafür darf er keinen Verdacht schöpfen.« »Aber er wird doch bestimmt damit rechnen, dass wir ihm auflauern«, warf ich ein. Holmes nickte. »Natürlich«, bestätigte er. »Daher wird sein Plan entsprechende Gegenmaßnahmen beinhalten. Entscheidend wird sein, schlauer und schneller als der Erpresser zu sein.« Marley war skeptisch. »Ich bin mir nicht sicher, ob mir dieser Plan gefällt«, meinte er. »Wir spielen mit echtem Geld, meinem Geld.« »Das müssen wir«, antwortete Holmes. »Man kann niemanden festnehmen, nur weil er einen Sack Papierschnitzel an sich nimmt. Und einstweilen haben wir keine anderen Beweise als die potenzielle Tatbegehung.« »Jetzt bin ich mir sicher«, entgegnete Marley, »dass mir der Plan missfällt.« »Aber offenbar muss es sein.« »Gut«, sagte Holmes. »Nun zu den Details. Was sagt uns der Übergabeort?« »Es ist eine Kirche. Warum?« »Ein öffentlicher Ort«, vermutete ich, »der in der Vorweihnachtszeit viel besucht wird.« »Sie sollten vielleicht noch wissen«, bemerkte Marley, »St. Mary an der Ecke Blomfield Street und Finsbury Circus ist die einzige katholische Kirche in der City von London.« Holmes tippte sich an die Schläfe. »Ja, natürlich«, murmelte er, »mehr zu sich selbst. In einer anglikanischen Kirche befände sich auch keine Weihnachtskrippe.« »St. Mary Moorfield befand sich unweit von Marleys Büroräumlichkeiten. Nachdem unser Auftraggeber das Geld aus dem Safe genommen und den Anweisungen entsprechend verstaut hatte, machten wir uns zu dritt auf den Fußmarsch. In der Zwischenzeit hatte es zu schneien begonnen. Offenbar standen uns weiße Weihnachten bevor. Wir bahnten uns unseren Weg durch ein stetig dichter werdendes Treiben großer dicker Schneeflocken, die langsam zu Boden tänzelten. »Wie schön«, sagte ich. »Homburg«, entgegnete Marley. Dies blieb die einzige Konversation, bis wir die Kirche erreichten.« Holmes trat als erster durch das große Tor und ging schnurstracks durch den Mittelgang zwischen den Bankreihen nach vorne zum Altar. Dort wandte er sich nach links, wo sich uns die Szenerie des neugeborenen Heilands präsentierte. In Lebensgröße knieten Figuren Marias und Josefs links und rechts neben der mit Heu gepolsterten Futterkrippe, in der das Jesuskind lag. Die heiligen drei Könige, Kaspar Melchior und Balthasar, näherten sich seitlich und hatten Geschenke dabei. Über dem Geschehen prangte der Stern von Bethlehem, während man in dieser Ausführung auf Ochse und Esel offenbar verzichtet hatte. Alles in allem ein beeindruckendes Ensemble, beinahe schien es, als wären die Figuren echte Menschen. Doch Holmes ließ sich nicht ablenken. Er nahm Marley die Tasche mit dem Geld ab und legte sie, wie befohlen, unter den Messias, zwischen das Kreuzgestell seiner improvisierten Bettstadt. Dann nahmen wir in einer mittleren Bankreihe Platz und warteten auf das Erscheinen des Erpressers. Holmes und Marley ließen den Eingang kaum aus den Augen. Anscheinend waren sie sicher, den Täter schon vorab, direkt nach seinem Eintreten zu erkennen. Mehrmals verfolgten ihre Augen eine bestimmte Person, doch jedes Mal handelte es sich um einen falschen Verdacht. Ich für meinen Teil bewunderte einstweilen immer noch die Weihnachtskrippe, die, ganz nach neapolitanischem Vorbild offensichtlich von einem großen Künstler geschaffen worden war. Die Gewänder der Figuren flatterten im Lufthauch, die Augen glänzten im Kerzenschein, und die Jungfrau Maria begann sogar, sich zu bewegen. Mit einem Ruck kippte sie die Krippe mit ihrem und Gottes Sohn um, nahm den Geldbeutel an sich und lief in Richtung Sakristei davon. Diese Krippenfigur war tatsächlich lebendig. Holmes war dieser Vorgang entgangen, da er immer noch das Auftauchen des Erpressers durch das Haupttor erwartete. Ich stieß ihm mit dem Ellenbogen seitlich gegen die Brust. »Holmes«, rief ich, »haben Sie das nicht gesehen?« Der Angesprochene sah mich ahnungslos an, als hätte ich ihn gerade aus einem Traum geweckt. »Was ist denn, Watson?« stammelte er. »Wir wurden reingelegt«, erklärte ich, sprang auf und deutete auf die mittlerweile unvollständige Weihnachtskrippe. »Dort, die Jungfrau Maria ist unser Geist. Sie hat sich mit dem Geld davon gemacht.« »Die Jungfrau Maria?« wiederholte Holmes. »Watson, was reden Sie da?« »Begreifen Sie doch«, sagte ich aufgeregt. »Die Jungfrau war keine Figur, sondern ein verkleideter Mensch. Sie muß stundenlang regungslos verharrt haben, um uns und alle anderen zu täuschen.« Holmes begann zu verstehen und zu lächeln. »Das ist ja bemerkenswert«, stellte er mit offenkundiger Bewunderung fest. Nun war es Marley, der Holmes von der anderen Seite in die Rippen stieß. »Mr. Holmes«, rief er, »sparen Sie sich Ihre Begeisterung für die schauspielerische Leistung für später. Ich weiß ja nicht, wofür ich Sie eigentlich bezahle, aber wie wäre es mit dem Vorschlag, eventuell die Verfolgung aufzunehmen?« »Ein guter Vorschlag«, entgegnete Holmes und stieß mich in den Rücken. »Los, Watson, laufen Sie!«, Ich setzte mich augenblicklich in Bewegung, kletterte aus der Bankreihe, stürmte den Mittelgang nach vorn, vorbei an der dezimierten Weihnachtsszenerie, und verschwand durch die dahinterliegende Tür. Holmes blieb mir dabei auf den Fersen. Marley blieb zurück. Ich hörte ihn noch, »Retten Sie mein Geld!«, rufen. Dann setzte er sich wieder hin und faltete die Hände zum Gebet. Hinter der Tür stieß ich mit dem Priester zusammen, der sich gerade für die Messe vorbereitete. »Ist hier die Jungfrau Maria vorbeigekommen?«, fragte Holmes den verdutzten Mann. Der Geistliche zögerte und stotterte dann. »Ich glaube schon.« »Wo ist sie hin?«, setzte Holmes fort. »Nach oben«, antwortete der Priester und hob Blick und Zeigefinger gen Himmel, respektive in Richtung Zimmerdecke. Doch Holmes konnte die Marienerscheinung des katholischen Pfarrers richtig deuten und stellte fest. »Der Glockenturm, Watson! Sie ist im Glockenturm!« Wir liefen weiter in den Gang und fanden rasch die Wendeltreppe, die nach oben führte. Holmes sprang die Stufen hinauf, doch in Wirklichkeit bestand kein Anlass mehr zur Eile. Unser Geist saß ohne dies in der Falle. Als wir die Turmstube erreichten, wendete uns der Erpresser im Mariengewand, der vermutlich eine Erpresserin war, den Rücken zu. Eine Kapuze war über den Kopf gezogen. Trotzdem sprach Holmes sie mit ihrem richtigen Namen an. »Das Spiel ist aus, Mrs. Cratchit!« »Mrs. Cratchit?«, fragte ich verblüfft. »Das kann doch nicht sein!« Aber die Jungfrau Maria, die mit der einen Hand immer noch den Geldbeutel umklammerte, drehte sich zu uns um, schlug die Kapuze zurück und bestätigte die Vermutung. »Ich gratuliere, Mr. Holmes«, sagte sie. »Wie sind Sie darauf gekommen?« »Trotz Ihrer bemühten Inszenierung«, erklärte Holmes, »haben Sie einige unfreiwillige Hinweise hinterlassen. Ihre Rechtschreibschwäche, Ihr Bezug zu Marlies Hunden, Ihre katholische Herkunft. Nur Indizien. Aber ich war mir seit dem Besuch bei Ihrem Mann sicher, dass Sie hinter dem Geist der Weihnacht stecken.« »Und wann bitte wollten Sie mir das mitteilen?«, fragte ich ein wenig aufgebracht. »Mein lieber Watson«, belehrte mich Holmes umgehend, »ich sagte Ihnen doch, Sie müßten sich auf Hinweise konzentrieren und dürften sich nicht ablenken lassen. Das macht einen guten Detektiv aus.« »Einen guten Detektiv«, wiederholte ich lautstark. »Und was bin ich dann? Father Christmas vielleicht?« Bevor wir das Geplänkel fortsetzen konnten, würden wir durch Mrs. Cratchit unterbrochen. »Schluss damit«, befahl sie. »Es ist noch nicht vorbei.« Sie ging zur äußeren, hölzernen Flügeltür der Glockenstube, die nach draußen führte, und stieß sie auf. Vor ihr lag nun der Abgrund. Einen Sturz hinunter auf die Straße würde man keinesfalls überleben. »Mrs. Cratchit«, rief ich, »tun Sie das nicht!« Doch sie ging noch einen Schritt auf den geöffneten Glockentürbogen zu. Fast provokant streckte sie einen Fuß in die Luft. Offenbar würde sie jeden Moment hinunterspringen. »Bitte, Mrs. Cratchit«, flehte ich beinahe, »das ist doch keine Lösung!« »Das sehe ich anders«, lautete die Antwort. »Glauben Sie an die Unsterblichkeit der Seele, Dr. Watson? Den Armen gehört doch das Himmelreich, nicht wahr?« Ich zögerte. »Ich glaube«, entgegnete ich schließlich, »dass jede Menschenseele im Diesseits eine Verpflichtung hat. Ihre Verpflichtung ist Ihre Familie. Sie können sie nicht im Stich lassen.« »Ich weiß«, antwortete Mrs. Cratchit und begann zu lachen. Dann öffnete sie den Beutel mit den Geldscheinen und schüttelte ihn kopfüber so lange, bis alle Banknoten hinaus in die Luft geflogen waren. Wie übergroße Schneeflocken tanzten die hunderten Geldscheine im Wind und sanken langsam hinunter auf den Finsbury Circus. Bald wurden die ersten Passanten darauf aufmerksam. »Ein Wunder, es schneit Geld«, rief einer und versuchte, den einen oder anderen Schein aus der Luft zu schnappen. Andere sammelten die Banknoten ein, die bereits am Boden im Schnee lagen. Es kam zu einem Menschenauflauf. Straßenjungen strömten herbei, Obdachlose, Arbeiter und Angestellte, während vorbeikommende Banker und Aristokraten nur die Nase rümpften. Binnen weniger Minuten waren zehntausend Pfund an die Bevölkerung verteilt, umverteilt von einem Geldverleiher zu den weniger begüterten Schichten. Um genau zu sein, waren es zunächst eigentlich nur neuntausend Pfund, denn ein Bündel mit tausend Pfund hielt Mrs. Cratchit noch in ihren Händen. Als Holmes dies bemerkte, sagte er, »Wir wollen Mr. Marley doch zumindest einen Teil seines Eigentums zurückgeben.« Dann nahm er ihr das Bündel aus der Hand, zog einen Zehn-Pfund-Schein heraus und reichte den Rest zurück an Mrs. Cratchit mit den Worten, »Das wird genügen.« Und nun, Mrs. Cratchit, empfehle ich Ihnen, den Hinterausgang zu nehmen. »Fröhliche Weihnachten!« Marley hatte einstweilen unten auf der Straße vergeblich versucht, die Menge vom Einsammeln seiner Geldscheine abzubringen. Als wir ihm die Zehn-Pfund-Note als einziges Ergebnis unserer Bemühungen überreichten, stand ihm die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. »Und der Täter? Was ist aus ihm geworden?« fragte er. »Tut mir leid, Mr. Marley,« erklärte Holmes. »Der Kerl ist uns bedauerlicherweise in der Turmstube entwischt. Aber wir können Scotland Yard nun mit einer präzisen Beschreibung versorgen. Ein etwas älterer Mann, einigermaßen übergewichtig, weiße Haare und langer Bart, rotes Gewand mit weißem Fell besetzt. Und er hatte einen skandinavischen Akzent. Ich bin mir sicher, die Polizei wird schon bald seiner Habhaft werden. Schließlich ist er ja kein echter Geist.« Sechs Tage später, am vierten Adventssonntag, brachte ein Bote einen Brief von Mr. und Mrs. Cratchit. Sie bedankten sich für alles und entschuldigten sich für die Unannehmlichkeiten. Außerdem klärten sie den Verbleib der beiden Hunde auf. Mrs. Cratchit hatte sie zu ihrem irischen Onkel auf dessen Bauernhof geschickt. Denn so große Hunde wie deutsche Doggen gehören nun mal nicht in die Stadt. »Dieser gesamte Fall,« meinte ich zu Holmes, »wird ein bedauerlicher Makel in ihrer einwandfreien Statistik bleiben. Tätergeld und Hunde sind weg. Selten hatten wir eine derart schlechte Presse und öffentliche Nachrede.« »Wollen Sie denn wirklich eine Statistik gegen menschliche Schicksale abwägen?« fragte Holmes. »Das ist doch sonst nicht unbedingt Ihre Art.« »Ich weiß,« bestätigte ich. »Meine nicht, aber Ihre bei allem Respekt.« »Mein lieber Watson«, begann Holmes mit sichtlichem Vergnügen. »Ein kluger Mann sagte kürzlich in meinem Beisein, dass jede Menschenseele auf der Welt eine Verpflichtung hätte.« »Meine Verpflichtung mag die Aufklärung von Kriminalfällen sein, aber niemand kann mich verpflichten, die Ergebnisse meiner Ermittlungen mit allen zu teilen.« »Ich verstehe,« antwortete ich. »Und ein guter Freund von mir meinte vor kurzem, im Rahmen von kriminalistischen Ermittlungen sei immer genügend Raum für persönliche Moral. Es freut mich, dass wir dies umgehend in der Praxis umsetzen und verifizieren konnten.« »Also dann«, meinte Holmes und schenkte uns beiden ein Glas Kognak ein. »Dann sind wir uns ja einig. Auf ein friedliches Weihnachtsfest. Mögen wir in den nächsten Tagen arbeitslos sein.« »Nehmen Sie es mir nicht übel, Holmes«, entgegnete ich und erhob mein Glas. »Aber mögen wir zwölf Monate lang arbeitslos bleiben. Auf ein glückliches neues Jahr.« Hoh temün угang ich mir ir.» Vielen Dank.